Da kommt etwas. Etwas Blut-Hungriges. Was ist es? Der Demogorgon! Mann! Wir sind geliefert. Wir müssen jetzt los. Wir sehen uns. Bis morgen. Gute Nacht, Mädels. Gib deiner Mutter einen Gute-Nacht-Tuch von mir. Will ist verschwunden, ich weiß nicht, wo er ist. In 99 von 100 Vermisstenfällen ist das Kind bei einem Elternteil oder einem Verwandten. Was ist mit dem anderen Fall? Was? Du hast gesagt 99 von 100. Was ist mit dem Rest? Dem einen Mal, dem einen Mal. Will! Will! Lasst uns lieber zurückgehen, Leute! Hört ihr das? Das ist nicht Will. Du hast Probleme, nicht wahr? Wir haben diesen Bereich abgeriegelt. Ist es von hier gekommen? Ja. Und das Mädchen? Sie kann nicht weit sein. Findet sie. Denkt ihr, es war ein Zufall, dass wir sie gefunden haben? Derselbe Ort, wo Will verschwunden ist? Irgendetwas geht hier vor sich. Was zur Hölle? Sie weiß was von Will. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du ihn erreichen kannst? Ja. Was wäre, wenn ich auf der Suche nach Will etwas anderes verfolge? Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für eine ist und wie man sie zerstört. Ist das klar? Ja, Sir.